Schnacken, Kopf im Nacken, wir machen weiter hier. Wir müssen mehr Kinder kriegen. Wir sind langsam. Wir sind wirklich langsam. So, duschen. Hausaufgaben. Warum hat er denn auch keine Hausaufgaben? Ähm, essen. Essen. Ich muss seine Hausaufgaben suchen. Wieso sind die denn hier überall... Das ist... Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass die alle keine Hausaufgaben haben, oder was? Wo haben die die denn hingelegt? Da. Grundschulhausaufgaben, Hausaufgaben machen. Mir egal, wessen das sind. Hauptsache, er macht sie. Ähm, das gleiche gilt auch für dich, Mäuschen. Das können wir dann verkaufen. Ähm, sie kann auch ihre Hausaufgaben machen. Oh Gott, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Bisschen gucken und machi. Ähm. Toilette verwenden. Amalia mochte keine Videospiele, oder? Ich merke mir sowas doch nicht. Ich merke mir sowas doch nicht, Mann. Ähm. Charakter. Ja, aber irgendwo, irgendwo musste ich das doch einsehen. Statistiken? Ne. Bin ich blöd? Stammbaum. Oh Gott, das ist auch ein Stammbaum. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Müssen irgendwas anderes mit ihr tun, damit sie Spaß hat. Sie kann von mir aus dem Mann ein bisschen energetisch rumschwimmen. Vielleicht macht ihr das Spaß und dann schlafen gehen. So, Kind Nummer 1 ist verpflegt. Kind Nummer 2 isst was, macht seine Hausaufgaben, geht dann die Toilette verwenden und dann auch bitte schlafen. Ist ja auch schon spät, die müssen alle ins Bett. So, was ist mit Mama hier? Mama ist sehr glücklich und Mama stinkt. Dann geht Mama bitte duschen. Was ist denn mit dir? So, duschen, verwenden, ein Gericht nehmen. Oh ne, warte, wir haben keinen Hunger, wir sind müde. Mach doch. Duschen, verwenden. So, dann reparieren wir das jetzt hier halt einfach, ist mir auch egal. Ah, wenn es sonst keiner macht. So, wen haben wir hier? Mit Jens haben wir schon ein Kind. Peter Vogel, junger Erwachsener. Ey, mit dem könnten wir auch rumflirten. Ey, unsere Musikanlage ist kaputt, willst du mich kaputt machen hier? Wir brauchen neue Kinder. Ja, keine Ahnung, das hat so ein Flair von RTL Trash TV, wo die 100 Baby Challenge das Projekt gestartet wird. Hä, hallo, Alter, kannst du mein Haus mal nicht so judgen? Was ist denn jetzt los? Aber ja, du hast recht. Ja, ich bin da voll bei dir. Ich bin da voll bei dir. Vielleicht hat es mir deswegen auch direkt so gut gefallen. Kann gut sein. Hat so ein bisschen was von Playboy Villa, finde ich. Mit sehr vielen Kinderzimmern. Mehr so Big Brother. Oh ja, man. Fühl ich sehr. Oh Gott. Also, die Erklärung von das hat was von Playboy Villa mit mehr Kindern in Zimmern, klingt ganz sehr falsch. Ich möchte das komplett revidieren, okay? Ich habe das so niemals gemeint. Ich revidiere diese Aussage. Scheiße. Oh Mann. Ich muss noch Kameras installieren und noch einen Keller machen. Ich würde ganz gerne in den Keller machen, aber wir haben nur 61 Simoleon und wir haben noch 11.000 Stromrechnung zu zahlen. So, das Ding ist, wir haben sehr viele tolle Besucher, die gerade sich darum kümmern, unsere Kinder zu verpflegen. Sie ist auch sehr energiegeladen, ne? Was macht sie jetzt? Auf Toilette gehen, schwimmen und dann schlafen und so, ne? Ja, okay, kann sie ja machen. Ist kein Problem. Was machst du jetzt? Ach, nach Kind gucken. Das kann sie ja auch ruhig machen. Das ist alles kein Problem. Solange sie jetzt nebenbei das noch aufwischt und duschen geht und sich fertig macht und so. Ähm, genau. Die Kinder gucken wir, dass wir die einfach so ein bisschen fördern und fordern. Äh, mit Puppen mitspielen. Die sollen einfach mal so ein bisschen ihre, ihre Fähigkeiten hier, ne? Hochkriegen. Damit die schneller halt wieder erwachsen werden können. Ja. So, was macht sie? Die Anlage reparieren. Sehr gut. Was willst du denn jetzt machen, dass du nicht schlafen kannst? Du wolltest doch nur aufs Klo. Geh doch ins Bett. Schlafen. Ah, jetzt geht sie. Okay. So, die reparieren. Die beiden Kinder spielen. Ähm, vielleicht war es die Möglichkeit jetzt an der Zeit, dass wir einmal hochgehen und malen, um Geld zu verdienen. Ich meine, wir sind jetzt auch relativ müde. Mal abgesehen davon. Aber das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, dass wir uns an die Staffel da erstellen. Wir haben Gott sei Dank, ähm... Hallo? 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 Wieso nicht? Wieso nicht? Warum nicht? Mausi? Oh, was ist das schon wieder hier? Oh, Mann. So, dann gucken wir jetzt nochmal. Dann haben wir jetzt mal kurz ein bisschen Debuggy hier. Äh, klassisches Gemälde, großes. Sie will wieder zum Kind. Warum machst du das jetzt nicht? Oh, ist das... Okay. Ich lasse sie einfach mal machen. Ich lasse sie einfach mal machen, aber wir müssen sie dazu kriegen, dass sie mit uns malt. Bevor sie in die Umacht fällt, bitte. Wir brauchen das Geld. Ich habe nicht umsonst dafür gesorgt, dass sie Level 10 ist. Erinnert mich an die Anfänge, als Celestia nie das gemacht hat, was sie sollte. Ja, aber das ist einfach... Ich weiß nicht, das ist einfach Sims. Es ist einfach ganz grauenhaft. Dieses Spiel funktioniert einfach so oft nicht. Du musst es neu starten und hier neu laden und da neu machen. Sie kriegt den Empfehl nicht rein, ne? Jetzt. Boah, Junge. Hat jetzt aber auch gedauert. Gott, war das anstrengend. Aber die kümmern sich um unsere Kinder. Wir müssen nichts machen. Wir können in Ruhe Geld verdienen jetzt. Alles gar kein Problem. Guck mal, die anderen schlafen. Die beiden Mäuse hier krabbeln umher. Kann ich ihm die Dings hier rüberziehen? Geht er ins Bett? Er geht ins Bett, ne? So was mit dir? Du bist auch müde. Lass dich mal ins Bett bringen. Schlafen. Und dann malen wir mit ihr jetzt so ein, zwei Sachen fix fertig, damit wir ein bisschen was haben. Und dann gehen wir mit ihr auch ins Bett. Ah ja, ihr Kind will ins Bett. Ist okay. Sie soll gehen. Level 4 der Kommunikationsfähigkeit. Ey, wir können die Kinder fast älter werden lassen direkt. Dann sind die auch schon Grundschüler. Erinnert mich ja nie. Achso, das hatte ich gelesen. Also gefühlt ist das bei mir zumindest nicht so extrem. Aber schon manchmal so. Ich hab das immer noch so, nach so, weiß ich nicht. Wenn ich so ein, zwei Stunden spiele, manchmal ist das ein bisschen früher, dass ich neu starten muss. Aber in der Regel spiele ich so ein, zwei Stunden und muss dann einmal das Spiel neu starten. Und dann ist auch okay. So, dann ist wieder für ein, zwei Stunden gut. Aber ich muss halt immer so, mal so zwischendrin einmal kurz neu starten. So, damit es sich einmal wieder fängt und alles funktioniert. Also ich kann halt nicht so krass lange Sessions am Stück haben. Das klappt nicht. Außer ich komm damit klar, dass alles so total buggy ist und nicht funktioniert. Haben wir hier oben eigentlich kein Licht? Haben wir wirklich nur die Lampen? Mama, ich halte es ein bisschen heller, Mensch. Ich will doch sehen, was sie hier macht. Oh, es ist wieder ein Häschen. Oh, ich will auch ein Häschen malen. Ich hab heute tatsächlich meine Regale neu umsortiert. Ich hab jetzt meine ganzen Leinwände und fertigen Sachen auf meinen Regalen stehen. Wo vorher mein Make-up-Zeug und so stand. Sieht viel cooler aus. Wer sitzt von hier oder man legt sich ins Bett oder so. Man sieht die ganze Zeit überall nur meine Kunst auf so vier Regalbrettern. Mega cool. Direkt ein bisschen heimelicher, wenn überall meine Sachen rumstehen. So, wirst du fertig bitte? War es mit dir? Angst? Ach, nee. Nee. Verpiss dich. Oh, nee, warte. Er weckt Amalia. Alles gut, mach weiter, Kind. Mach weiter, Kind. Wusstest du eigentlich, dass Svenja ihr Kind Little John Sodastream willi Alien, weil der Mann Alien ist, ähm, fruchtbar, weil sie das einzige Mädchen war im Haushalt? Hä? Wusstest du eigentlich, dass Svenja ihr Kind Little John Sodastream willi Alien? Fruchtbar, weil sie das einzige Mädchen war im Haushalt. Das macht keinen Sinn, Flo. Okay, das mache ich fast nie. So fünf, sechs Stunden gehen am Stück und länger bin ich fast nie am Spielen. Oh, ich könnte, ey, wirklich, ich könnte so ewig lange Sessions haben. Wirklich straight up. Ähm, gerade in Sims. Sims wird nicht alt, gerade wenn man eine gute Challenge hat, so. Ähm, aber wie gesagt, ich muss halt regelmäßig neu starten. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil ich dann halt bei Resights immer mal kurz aufstehe, mal das Fenster aufmache, mich kurz bewege. Man soll ja auch nicht so viel am Stück sitzen und immer mal kurz sich ein bisschen die Beine vertreten. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, weil das erinnert mich dann richtig schön daran. So, was ist hier passiert? Geh schlafen. So, ob Suchtanfall bekommen, macht doch. Mir egal. Vielleicht hilft das ein bisschen. Schlafen. Was machst du? Geh schlafen. Aber geh doch in deinem Bett schlafen, Schwester. Du hast eins. Schlafen. Guck mal, sie malt da hinten. Sie kriegt das gar nicht mit. Kann ich ihn berichtigen? Mehr Auswahl. Erziehung. Ähm, aktuelles Verhalten. Maßregeln. Entschieden. Anordnen, keine emotionalen Zusammenbrüche zu haben. Kann ich das machen? Mal gucken, ob das in der Liste bleibt, sobald sie fertig gemalt hat. Tatsächlich ja. Sie kann das machen. Oh, ist auch kacke, ne? Ich hätte mir was einfallen lassen sollen, dass ich hier irgendwie nochmal so ein extra gegangen bin. Sie muss jetzt extra nach unten einmal hier komplett hoch zu ihm. Ist das kacke. Warum bist du schon wieder wach? Sag mal, hast du nicht ein Projekt? Amalia? Alfa, Kevin. Vorsichtig arbeiten. Dann mach dein scheiß Schulkram. Mir doch egal. Doch, sie hat ihre Kinder Lady, John, Sodastream, Willi, Alien und Fruchtbar genannt. Das Wort genannt hat gefehlt. Ich hab die Checkung nicht gehabt bezüglich Fruchtbar, weil sie das einzige Mädchen im Haushalt war. Ich hab gedacht, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, alles gut. Ich hab den Zusammenhang einfach noch nicht gerafft, weil ich dachte, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, Azo, du bist immer noch hammermüde? Geh schlafen. Ähm, du musst nicht spielen, du musst schlafen. So, die beiden Kinder sind traurig und wach. Das ist natürlich perfekt. Ist das übrigens fertig? Mal so ganz nebenbei. Uh, Schwester. Sag mal. Ähm. Sie kann das nicht fertig machen. Das ist sehr cool. So, die beiden Kinder sind, ähm, egal. Ich lass sie schlafen gehen. Ich mach das Ganze, ich mach das Ganze mit Kollegen hier. Ähm, so. Nach Kleinkind sehen. Äh, und hier genauso nach Kleinkind sehen. Da muss er sich da jetzt halt einfach ein bisschen drum kümmern. Ist mir egal. Passiert. Dafür sind große Brüder verantwortlich. Sondern wir haben einen ganz, ganz tollen Besuch. Der Beste ist jetzt die Calientes. Ähm, die kümmern sich sehr wahrscheinlich auch mit um die Kinder. Das heißt, wir haben da ein bisschen Entlastung. Ja, siehste? Guck mal, er macht direkt schon. Schau mal einer an. Die beiden machen das hier. Ganz toll machen die das. Sie hat immer Jungs bekommen. Und dann war der ein, äh, und dann war der Einfall, oh, ein Mädchen einfach fruchtbar nennen. Ja, aber macht ja auch Sinn, ne? Macht ja auch Sinn, wenn es das einzige Mädchen die ganze Zeit ist. Aber guck mal, ich hab nach Amalia auch nur noch Jungs gekriegt. Ich hoffe sehr, dass bei der nächsten Schwangerschaft einfach wieder Mädchen am Start sind. Alles andere wäre echt kacke. Da finde ich Influencer witziger. Ich weiß nicht, also, ich mein, theoretisch gesehen, ich wollte eigentlich, also, eigentlich wollte ich für die ersten, für die ersten zehn Kinder so meine Wunschnamen für meine Kinder nehmen. So, weil ich hätte ganz, also, ich hab eine ewige Liste an Wunschnamen. Ähm, aber Amalia und die Haare, die sie hat, Bombe. Amalia ist Katastrophe. Katastrophe. Ähm, oh, die sind gute Freunde geworden. Sehr süß. Und, genau, ähm, was wollte ich gerade sagen? Also, ich wollte quasi erst eigentlich für die Kinder meine, meine Wunschnamen für meine zukünftigen Kinder nehmen. Und da dachte ich mir so, nee, eigentlich will ich, ähm, eigentlich will ich meine, meine Dings gar nicht so exposen. Ähm, ähm, eigentlich will ich meine Wunschnamen gar nicht so exposen. Ich hätte die ganz gern eigentlich noch so ein bisschen für mich. Und dann hab ich überlegt, ich nehm altdeutschen Namen. Dann wollte ich eigentlich anfangen mit so Thorsten und Thomas und Brigitte und sowas, ne. Und dann dachte ich mir so, nee, das ist es irgendwie auch nicht. Äh, irgendwie, irgendwie ist das auch nicht so, so das, was ich will. Nein, du sollst nicht baden gehen. Mann, bade deinen kleinen Bruder jetzt. So, ähm, und dann dachte ich mir so, nee, das passt irgendwie auch nicht so. Und dann haben wir Amalia bekommen. Und dann hab ich überlegt, okay, wie nenne ich die nächsten Kinder? Und dann kam ich auf die Idee, okay, wir nehmen jetzt einfach Influencer. Wir nehmen jetzt YouTuber und Streamer. Und, ähm, benennen unsere Kinder einfach nach YouTubern und Streamern. Und davon zeugen wir 100 Stücken. Dann haben wir für ewig ein, also ein Name quellend. Weil unsere Kinder werden alle bekannten im Internet. Ähm, so, er bringt mir jetzt erstmal die Badewanne ab. Guten Mittag zusammen. Hallo Munkin. Hi. Äh, innen schrecklich? Innen schrecklich? Flo, was, was? Innen schrecklich? Die armen Kinder. True. Ja, sie sind ja auch unter meiner Hand. Natürlich sind's arme Kinder. Ähm, zum Thema. Ich hätte gern auch ein Topic für die Namensgebung. Hatte aber noch keine gute Idee. Irgendwelche Vorschläge. Gustav, Chantal würde ich vermeiden. Kann schlimm enden. Aber ich mag so Namensshaming halt gar nicht. Ne, so überhaupt null. Ähm. Ich hab, ich mein, also, es sind zwar, ich weiß nicht, inwieweit du so in Riot Games drin bist, was so Valorant und so League of Legends und sowas angeht. Aber ich hab meine Tiere, also es sind zwar keine Kinder, ähm, aber ich hab meine Tiere in Stardew Valley nach League of Legends, äh, Champions benannt. Weil die haben teilweise auch echt coole Namen. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so eine schlechte Idee. So, unsere Mom ist wieder wach. Ich wäre dafür, wir lassen die Kinder einfach mal Kinder sein und das wird schon irgendwie sich irgendwer darum kümmern. Wir müssen jetzt ganz viel Geld machen. So viel Geld wie möglich, so schnell wie möglich. Wir werden jetzt den ganzen Tag malen, bis wir 12.000 zusammen haben, damit wir unsere Rechnung bezahlen können. Oh mein Gott, ja, davon gibt's ja auch echt genug voll. Also, ich mein, da sind halt auch echt schöne Namen bei, ne? Ich finde halt so, keine Ahnung, so, ich mein, Olaf ist so eine Sache. Aber, ne, du hast ja auch Kaiser zum Beispiel. Ähm, du hast Viego. Viego ist ein cooler Name. Timo ist jetzt auch nicht schlecht, so. Keine Ahnung, also, ich finde, es gibt halt auch viele Champs, die coole Namen haben. Und wenn mir die Champion-Namen ausgehen, weil ich echt nicht alle kenne, frage ich meinen Freund. Der kennt die. Ja, weil du machst halt einfach weiter mit Valorant-Agents. Der kommt halt einfach mit Kloff und Killjoy und so. Boah, können wir ein Kind bitte Killjoinen? Das wäre witzig. Ich lass die alle jetzt auch einfach, guck mal, die sind in der Schule. Fleißig lernen, fleißig lernen. Steh auf, du musst in die Schule gehen. Gib den Kids aber keine Overwatch-Namen. Keine Ahnung, ich war noch nie so Freund von Overwatch. Also, ich hab mich nicht viel mit Overwatch beschäftigt. In Valorant bin ich nicht so drin, hab keinen Aim. Ich auch nicht, aber es macht trotzdem Spaß. So, Kinder schlafen. Andere Kind geht in die Schule. Das passt, wir können malen. Tolle YouTube-Namen, die ich kenne. Naomi John, Malwanne, Kelly Mrs. Vlog, Nu, Melina Sophie, Dagi Bee, Paola Maria, Julia Blutex. Flo, das sind alles, alles. Da ist nicht ein einziger männlicher Name dabei. Was an sich nicht schlimm ist. Ich kriege aber nur Jungs. Ich kriege nur Jungs. Ansehen. Warum kann ich das nicht verkaufen? Nein, du sollst dir das nicht ansehen. Du sollst das verkaufen. Mir scheiß egal, ob du duschen musst. Oh scheiße, ein paar mehr Bedürfnisse als nur duschen. Warum sind wir denn immer noch so müde? Scheiße. Ähm, okay, wir machen es anders. Ja, nee, das Badezimmer ist besetzt. Das machen wir vielleicht nicht. Äh, Dampf in der Dusche nehmen. Toilette verwenden. Wir gehen mal was Kleines kochen. Ähm, am besten wäre vielleicht dann doch irgendwie, warte mal, was Größeres. Äh, hallo, kochen, danke. Ähm, äh, Mokka-Minze-Törtchen. Und irgendwas Herzhaftes. Irgendwas, was Cooles. Äh, Schlammkarpfen, ne, Partygröße. Dann hat jeder direkt ein bisschen was zu essen. Ach man, wir müssen malen. Joey's Jungle, Julienko. Ich werde auf gar keinen Fall... Gronkh haben wir schon. Gronkh ist bereits auf der Welt. Aber ich werde auf gar keinen Fall ein Kind Julienko nennen. Auf gar keinen Fall. Außer dieses Kind wird alles das, was wir hassen. Dann ja, wenn es unser absolutes Nicht-Lieblingskind wird und wir setzen die ganze Zeit die Gefahr darauf, dass es gerne abgeholt werden kann, dann vielleicht. Ähm, Kaiser, Rizzo, Julien, Bam. Gute Vorschläge. Sehr geile Vorschläge. Ich würde Anni vermeiden. Och Gott. Ja. Ja, Anni müssen wir vermeiden. Anni müssen wir vermeiden. Äh, Pia. Pia wegen Dings, ne? Wegen Shoyoka. Shoyoka heißt Pia, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da hat schon wieder irgendwer seine Hausaufgaben vergessen. Ja, okay. Ja, manchmal war es mir so ein bisschen schwer, so Namen zuzuordnen. Ähm. Jetzt zählt jetzt auch hier alle auf, ne? Anni, Pia, Rainer, Unge, Mois, Monte. Monte fällt auch weg. Ähm. Oh, habt ihr das mit Tanzverbot mitgekriegt, Alter? Das war auch hart. Okay, wenn du Anni vermeiden möchtest, dann darfst du sie nicht Anissa nennen. Ja, also ich würde halt weder Anni noch Anissa nehmen. Also Anissa wäre an sich gesehen eigentlich was ganz cooles, weil die Frau von Mois heißt Anissa. Und ich stehe halt für sie. Ähm. Aber Anissa halt im Sinne von Mois Frau, also Ex-Frau, nicht im Sinne von Anissa Ani Sedak. Ähm. Aber da könnte man ja, also Anissa ist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens. Ähm. Gibt viele, die man eher nicht nehmen sollte. Das stimmt, hundertprozentig. Ey, dieses Jahr ging so richtig ab. Das Exposieren der Influencer und YouTube-Geeks, die ihre Mitmenschen wie Müll behandeln. Tanzverbose war kein Expos. Die Dame wollte nur in den Mittelpunkt. Ich glaube, das kann man sehen, wie man möchte. Ähm. Boah, eigentlich will ich da gar nicht so eine große Debatte draus machen, mitten in diesem Let's Play hier. Ähm. Weil das auch, also die Folge hier, die kommt auch relativ spät nach der, nach den Geschehnissen. Ähm. Weil wir halt eben ein bisschen vorproduzieren. Aber ich glaube, ich glaube, dass ein, ein Mensch, der etwas ausdrückt, wie sie das ausdrückt, immer irgendwo herzieht und auch ernst meint. Also das hat ja immer irgendwo ein Defizit im Kopf, dass das passiert. Und ich hab ihr Statement nicht ganz gesehen. Ich hab's nicht ganz gesehen. Ich hab eher so Zusammenfassungen geguckt und so. Und das, was ich mitbekommen hab, ist, dass wirklich jeder auf der Seite von Tanzi steht. Ich hab mir auch das Video von Tanzi komplett angeguckt, ähm, um zu schauen, wie er darauf reagiert und wie er das sieht. Und das Einzige, was ich wirklich verwerflich finde, also das Einzige, was ich wirklich verwerflich finde, ist die Situation wegen der Übergriffigkeit, ähm, ähm, intimeren Bereich. Ähm. Ähm, das gehört sich nicht. Dieses, dieses Vertraust-du-mir-Spiel, also, ich mein, ich bin eine Frau, ich weiß, ich hab sehr viele weibliche Freundinnen gehabt. Ähm, dieses Vertraust-du-mir-Spiel ist gleichzusetzen mit, ähm, diesem Feuerwehrspiel oder dem Polizeispiel. Ihr kennt ja noch, ob ihr das Feuerwehr- oder das Polizeispiel kennt, aber das ist dieses so, sag rot, wenn ich nicht weiter darf. Und dann, wenn du rot sagst, das ist halt das Ding von, ja, eine Feuerwehr oder die Polizei, die hält nicht mehr rot. Ähm. Und Spiele dieser Art sind eine der ersten Erfahrungen fast jeder Frau, die sexuelle Übergriffe erlebt. Und das ist absolut nicht okay. In keinem Alter. Und es sollte eigentlich die Aufklärung darüber geben, dass man das nicht macht. Das ist nicht in Ordnung. Absolut nicht in Ordnung. Und das ist eines der häufigsten Sachen, die Frauen erleben. Und das ist auch mit das Einzige, was ich tatsächlich wirklich verwerflich finde. Ich mein, Tanzverbot weiß ja vieles, ne. Er kennt seine Eifersuchtsprobleme, er kennt, ähm, seine Aggressionsprobleme, er weiß ganz klar, dass er dagegen was machen muss. Man weiß ja auch, dass er zum Beispiel in der Beziehung mit Lona, ähm, schon ganz andere Verhaltensmuster hatte oder bessere Verhaltensmuster hatte, als er sie mit 19 hatte. Und ich meine, wir kennen alle den Tanzverbot aus 2016, Digga. Was willst du dem, also, wem willst du da was irgendwie erzählen, so? Ähm, ein Tanzverbot war mit 16 einfach die problematischste Person auf YouTube überhaupt. Es gab keinen anderen, der so problematisch war wie er. Ja, hundertprozentig nicht. So, ähm, aber ja. Ähm, das mit den Bildern finde ich persönlich, Kübi. Wegen den, wegen den, äh, den, der, der, der bestimmten Spaßbilder, die man Personen schickt, damit sie Spaß haben, die Bilder. Oh, ich musste gerade echt ein bisschen aufpassen, wie ich das vermute. Tanzverbot wurde 2016 bis 20 gnadenlos gehasst von so ziemlich jedem. Er hat es sich aber auch selbst einzubrocken, ey, wirklich, wirklich. Also ich meine, vielleicht nicht ganz so lange, aber die, also, alles, was so 2016, 17 war, irgendwo in dem Zeitraum, er hat das so selbst zu verantworten, was der einfach komplett ungeniert ins Internet geblasen hat, braucht man sich auch nicht wundern, so eine Hatewelle zurückzukriegen. Und dass sich das hält, ist klar. Ähm, kannst du eine Lucia nennen? Ja, natürlich. Ähm, dass sich das hält, ist klar. Ja, so, natürlich. Wenn du, wenn du mehrere Jahre lang, äh, wenn du mehrere Jahre lang einfach auf die Kacke haust und, ähm, dir dann denkst, so, ja, okay, ich will jetzt, dass mir jeder dafür verzeiht, das passiert nicht, das Internet vergisst nicht, das wird dir immer wieder vorgehalten. Das ist halt so, das brauchen ein bisschen, bis Menschen checken, dass du eine andere Person bist. So, gerade weil, wenn du so in der Öffentlichkeit auftrittst und du bist dann auf einmal ein Gutmensch, wird immer, immer, in jedem Zusammenhang wird das Erste, was vermutet wird sein, dass du nur so tust. So, einfach weil du merkst, okay, ich krieg zu viel Gegenwind, das ist ja auch gar nicht gut für meine öffentliche Karriere, für meinen Namen als Marke, ich kann mich ja damit gar nicht mehr vermarkten, machen wir jetzt mal auf Gutmensch. Das ist das Erste, was jeder vermuten wird, wenn du auf einmal eine coole Person im Internet bist, nachdem du so eine Scheiße wie Tansi gemacht hast. So, das dauert einfach ein bisschen, bis Menschen sowas vergessen. Ich denke, das ist doch absolut legitim, dass das so ist. Er findet jetzt auch nicht mehr cool, was er für Statements und Bilder und Tweets gescheppert hat. Ja, absolut, das ist ja, Hennu hat sich da ja, weil ich gerade Hennu lese, Hennu hat sich in Henkes Corner, ich weiß nicht, ob ihr Henkes Corner hört, aber die haben in Henkes Corner viel darüber geredet und er meint auch, er hat scheiß viele Fehler gemacht. Das ist ja mit Tansi genau das gleiche. Tansi hat in seinem 50-Minuten-Statement ja auch gesagt, Digga, ich bin immer noch problematisch, ja, aber ich weiß, dass ich problematisch bin und ich mache viel anders. So, dementsprechend, natürlich wächst jeder, natürlich verändert sich jeder. Und ich finde es auch kritisch, jetzt in dieser ganzen Sache vom Exposing sich so da reinzusetzen und zu sagen dann, ich will ihm ja nicht schaden, aber ich expose jetzt Tanzverbot, weil wir hatten eine Teenie-Beziehung und ich fand daran alles scheiße. Und ich bin ehrlich, was dieses vorsichtig, nee, dieses Vertraust-de-mir-Spiel angeht, also alles, was das Vertraust-de-mir-Spiel angeht und alles, was Betteln nach Fotos, dieses Betteln nach Fotos ist auch ganz kritisch, ganz, ganz, ganz kritisch. Das ist ganz, ganz ekelhaft, um ehrlich zu sein. Betteln nach Fotos und dieses Vertraust-de-mir-Spiel ist das Einzige, was man ihm wirklich ernsthaft angreifen kann und man wirklich sagen kann, okay, hart scheiße, hätte nicht sein müssen. Aber es ist auch in dem Punkt absolut verständlich, weil er war 19, es war seine erste Freundin, er war total verklemmt. Natürlich ist das niemals eine Rechtfertigung dafür, dass du dafür sorgst, dass eine Frau sich als Opfer fühlt, weil sie sich von dir belästigt fühlt. Dann bist du trotzdem das Arschloch und das hätte nicht passieren dürfen. Ich kann aber auch verstehen, wenn du komplett eingeschränkt in deinem Leben bist, du hast keine Freundin, du hattest keine weiblichen Beziehungen, du kennst, du hast keine, scheinbar gab es da noch dementsprechend keine Verhaltensaufklärung der Eltern, wenn er sowas nicht wusste. Dass solche Fehler dann passieren, passiert halt. So, ist halt scheiße für sie, aber man kann es irgendwo auch einfach dann manchmal einfach nicht vermeiden. Wenn du einfach keinen Zugriff darauf hast, solche Informationen zu kriegen, was ist okay und was nicht, dann musst du es halt lernen. Aber dann sollte man auch darauf hören, wenn Menschen dir sagen, hey, das passt halt gar nicht. Wenn du es dann nicht tust oder du wiederholst Fehler oder du bleibst weiterhin übergriffig und so, dann bist du ein scheiß Mensch, hundertprozentig. Aber das war halt 2019, das war 2016, im Frühjahr, 2016. So, meine Güte. Und dass sie danach, dass sie danach einfach noch in so einem Ausmaß Tanzverbot und seiner zukünftigen Beziehungen weiter gestalkt hat, zeigt eigentlich, dass sie das Problem hat und eigentlich in Therapie sollte. So, ist halt einfach so. Oh Gott, warte mal, ich muss im Chat ein bisschen hochgehen. Das Tanzverbot wurde gehasst. Lucia ist mit drauf, hat halt genau wie Hanno den Eterner Drübel gespielt. Aber Hanno war eine ganz andere Form von Eterner Drübel. Hanno hat einfach eine krasse Moralkeule geschwungen. Hanno stand eigentlich für die richtigen Dinge ein. Hat es halt einfach nur zu radikal gemacht, so theoretisch gesehen. Und dass dann halt aus der kompletten Spandauer Community so eine Sekten-Scheiße entstanden ist, das war halt auch nochmal so ein Ding. Aber das soll sich wohl mittlerweile auch geändert haben. Hanno ist halt nicht so das Ding gewesen von, ich diskriminiere jetzt alles und jeden und ich verbreite Hass und sonstige Sachen. Er war halt eher so derjenige, der sich dagegen gestellt hat. Aber halt eben auch in zu extremer Form, hundertprozentig. Hanno ist gewachsen, Tanzi ist gewachsen, True. Er findet jetzt auch nicht mehr cool, was für Statements oder Bilder und Treats er gescheppert hat. Eindeutig, gilt für beide, sowohl Hanno wie auch Tanzi. Die von Pokémon Pearl. Wer ist von Pokémon Pearl? Lucia? Lucia Leona? Ich kenne mich mit Pokémon nicht aus. Achso. Wie auch immer Lucia Leona ist. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die Veränderungen sind ja sichtbar. Er hat auch Steuerschulden kassiert, weil er aufgrund seines Umfeldes Geld rausgeworfen hat. Wie nicht? Stimmt, sein Statement fand ich bin pleite. Das stimmt. Das ist auch sehr reflektiert, das so zugeben zu können. Hundertprozentig. Problematisch ist halt nicht gleich problematisch. Es gibt halt Leute, bei denen kannst du unter der Kategorie, die haben sich weiterentwickelt, echt eine zweite oder dritte Chance geben. Und es gibt Leute, bei denen geht das nicht. Absolut. Es gibt auch Menschen, die täuschen vor, sich weiterentwickelt zu haben und haben es nicht. Das ist halt so. Es gibt auch Menschen, die sind halt einfach scheiße. Und die bleiben auch einfach scheiße. Und die werden dir auch einfach immer vorgeben, irgendwas zu tun, was sie nicht tun. Weil sie einfach nicht wollen, dass du sie scheiße findest, obwohl sie scheiße sind. Oh, Digga, dieses Video wird absolut gelb. Okay, warte mal, mein Gaming Channel ist eh nicht monetarisiert. Aber das wäre jetzt spätestens der Punkt, wenn er monetarisiert wäre, wo ich kein Geld mehr mitverdienen würde. So. Wo vor 15 Jahren noch drüber gelacht wurde, weil es ein Scherz ist. Wird heute regelrecht zerstört und alles und jeder Mist ausgelegt, der da gar nicht vorhanden ist. Aber das ist doch auch vollkommen okay. Es ist doch auch vollkommen okay. Es ist absolut in Ordnung. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, also es ist wirklich so. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, der sich von etwas diskriminiert fühlt, der sich von etwas heruntergesetzt fühlt, der sich von etwas emotional herabgespielt fühlt, der sich von etwas verletzt oder traumatisiert fühlt. Denn soll dieser Mensch das aussprechen können und sagen können, ich mag das nicht, dass du das tust. Das geht gegen mein eigenes Wohlbefinden und da ist eine feste Grenze für mich. Wenn wir wieder anfangen mit, wir nehmen alles lustig und wir nehmen alles mit Humor, müssen Menschen wieder anfangen, ihre Probleme zu verstecken, weil haha, alle finden das super funny, keiner hört mir zu und keiner nimmt mich ernst. Und dann wird es wieder problematisch für so viele Züchen von Menschen. Das geht halt nicht. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, es hat ja auch einfach mit einem moralischen Kompass zu tun. Und dass man Menschen nimmt, wie Menschen sind. So, weiß ich nicht. Ich finde das absolut vernünftig. Ja, einige Sachen denkt man sich wirklich, okay, muss jetzt nicht sein. Amalia ist momentan bei der Arbeit. Der Chef von Amalia wird nicht zufrieden sein, wenn Amalia Mauro macht. Bist du sicher, dass sie es tun sollte? Nein. Nein. Warum ist Amalia eigentlich schon einser Oberschülerin? Wie ist das denn passiert? Hier stimmt doch was nicht. Hier stimmt doch was absolut nicht. Junge, die ist doch letzte Folge erst älter geworden. Die müsste doch eigentlich bei einer drei anfangen. Die kann doch nicht jetzt schon einser Oberschülerin sein. Hier funktioniert doch was nicht. Okay, Amalia kann nächste Folge ausziehen. Direkt Stufen geskippt. Ja, das ist halt keine Ahnung. Ist genau wie mit den beiden Jungs, Alter. Mal kurz komplett ab vom Thema. Ich würde sagen, also, ne, ich mach gleich die Folge aus. Dann können wir da kurz ein bisschen drüber quatschen noch nebenbei. Bevor wir dann weitermachen. Aber das hat jetzt die halbe Folge eingenommen. Nee, aber mit den Kindern ist es genau das Gleiche. Guck mal. Hier. Kommunikation 4. Kommunikation 4. Das ist halt, die weiß ich nicht. Gronkh war irgendwie innerhalb der ersten drei Sekunden Totler irgendwie Kommunikationsstufe 3. Also irgendwas, irgendwas stimmt da absolut nicht. Absolut, ganz und gar nicht.